Geht es dir auch so wie diesem Autoliebhaber? Er hat sich seinen Fahrzeugtraum verwirklicht, aber plötzlich wirken die schwarzen Originalräder irgendwie langweilig. Ein buntes Detail würde dem Ganzen viel mehr Pepp verleihen und ein kleiner Eyecatcher passend zum Lack das Auto perfekt machen. Individualisierungsoptionen verwandeln das Rad nicht nur optisch passend zum Fahrzeug, sondern sorgen zudem für ein individuelles Alleinstellungsmerkmal auf den Straßen. Egal ob Radfarbe, Anfahrschutz, Nabendeckel oder Ventilkappen, ja sogar die Radschrauben können durch die Style-Komponenten des neuen BBS Unlimited Radsystems konfiguriert und eigenständig designt werden. Und so funktioniert's! Die BBS Unlimited Grundräder sind in insgesamt acht verschiedenen Farben erhältlich. Egal ob eine glänzende, seidenmatte oder polierte Oberfläche, von einem tiefen Indigo-Blau über Racing Gold bis zu einem satten Bronze. Anfahrschutzringe sind ein buntes Detail, mit denen das Rad optisch aufgewertet wird und gleichzeitig Beschädigungen durch Bordsteinkontakt vermieden werden. Zudem können die Ringe jederzeit einfach und schnell getauscht und erneuert werden. Insgesamt stehen sie in sechs Ausführungen zur Auswahl. Der Nabendeckel macht das Rad komplett. Wie cool wäre es also, wenn auch dieser individualisiert werden könnte? BBS Unlimited Style macht's möglich. Er ist in 56 mm und 70,6 mm Durchmesser erhältlich und kann in verschiedenen Varianten mit BBS-Logo angebracht werden. Der Nabendeckel ist in 2D- oder in 3D-Prägung sowie in mehreren Farbvariationen erhältlich. Und mit dem 3D-Rotationsdeckel bleibt das BBS-Logo sogar in voller Fahrt für jeden erkennbar. Die Ventilkappen ergänzen das Rad in sechs verschiedenen Farben. Das macht den individuellen Radlook noch stimmiger. Um die Individualisierung nun final abzuschließen, kann im letzten Schritt sogar die Radschraube passend zum Rad gewählt werden. Verfügbar in Schwarz, Silber und sogar Titan. Mit Hilfe der BBS Unlimited Style Komponenten kannst du alleine aus einem herkömmlichen Rad ein Kunstwerk erschaffen. Ganz nach deinen eigenen Wünschen und Vorstellungen. Schaue hierzu einfach in unserem Konfigurator vorbei und schon nach wenigen Klicks kannst du dich auf das perfekt zu deinem Fahrzeug passende Rad freuen. Hast du Fragen zur Individualisierung? Dann kontaktiere jetzt den Räderexperten.